wir sind jetzt auf der nächsten insel und zwar auf sebu und heute nacht haben wir eine nacht bei sebu city verbracht und sind dann heute früh mit dem bus in vier stunden runter nach moalboal gefahren und dazu haben wir einen local bus genommen ohne klimaanlage und das war schon ein abenteuer dafür hat es nur zwei euro gekostet ja genau für die ganze strecke und der chris erfüllt sich jetzt einen wunsch hoffentlich ja genau jetzt wollen wir sardinen schnorcheln gehen hier müssen millionen von sardinen in so einem schwamm unterwegs sein direkt vor der küste und das wollte ich schon so lange machen und jetzt gehen wir die suchen das habe ich vor längerer zeit schon mal im internet gesehen und zwar kann man hier vom strand aus direkt rein und das sind kleine sardinen millionen und da kann man mitten rein mal schauen ich habe die gopro dabei und ihr seht es dann hoffentlich und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020